Kapitel 8, die Gebrüder Sturmgrimm. Stunden später versuchen Malfurion und Illidan an den Ufern des Arevas gemeinsam Tyrann der Spur aufzunehmen. Während sie sich schnell durch die Wälder bewegen, beginnen ihre Fähigkeiten und Sinne in Einklang zu funktionieren. Ihr gemeinsamer Wille konzentriert sich darauf, ihre geliebte Priesterin zu finden, bevor es zu spät ist. Hans Kaelthas sagte, als er Tyrande zuletzt sah, wurde sie flussabwärts gerissen. Falls sie noch lebt, werden meine Naga sie finden. Sie sollten besser mit guten Neuigkeiten zurückkehren, Bruder. Allein bei ihrem Anblick wird mir schon übel. Wo hast du nur diese abscheulichen Kreaturen gefunden? Glaub mir, Bruder, das willst du nicht wissen. Lord Illidan, wir haben die vermisste Priesterin gefunden. Sie und ihre Kriegerinnen kämpfen weiter gegen die Untoten. Doch ich bezweifle, dass sie noch lange durchhalten. Tretet vor, geistlose Kreaturen, und spürt den Zorn der Schildwachen. Illuns Licht wird niemals erlöschen. Ihr solltet euch beeilen, wenn ihr sie retten wollt. Ein Trupp Untoter. Aber sie beachten uns gar nicht. Was könnte... Tyrande. Diese fliegenden Spukgestalten verdunkeln den Himmel. Es wäre töricht, eure Flieger gegen sie zu schicken. In der Tat, wir können uns jetzt nicht auf sie verlassen. Illidan, du musst die Untoten hier festhalten und verhindern, dass sie Tyrandes Lager angreifen. Ich reise stromabwärts und... Nein, Bruder. Die Naga und ich sind schneller bei ihr. Ich werde gehen. Du sprichst die Wahrheit. Doch ich riskiere viel, wenn ich dir traue, Illidan. Ich schwöre bei meinem Leben. Ich bringe sie zurück, Bruder. Ich glaube dir. An Detora Settil, Bruder. Tja, ob das Vertrauen richtig ist? Aber cool, wir dürfen jetzt hier... Ähm... Naga spielen. Und zwar richtig Naga, also mit Baseball. Das ist ja cool. Gab es das damals auch? Ich weiß es nicht. So, er hat natürlich die Google des Kilien. Ähm... Metamorphose. Also wir können uns hier verwandeln. Zerstören sie mit Illidan Streitgriffen den roten und roten Stützpunkt. Verteidigen mit Mafolien Streitgriffen den Nachtelfen Stützpunkt. Ach du meine Güte. Okay, wir müssen hier parallel also machen. Äh... Ach du meine Güte. Die ganzen schönen Items. Äh... Robo der Weiße, Talos von der inneren Schuhe. Schattenkugel. Ja, wir nehmen die Schattenkugel mal. So, wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Holz. So, packen wir das dann mal da rein. Forschen. Wo ist mein Forschungsgebäude? Da ist mein Forschungsgebäude. Also erstmal hier pushen ein bisschen. Und... Das hier pushen. Dieses Land und ich sind eins. Okay, passt. Dann, was haben wir hier für Möglichkeiten? Haben wir hier schon alles? Korallenbecken errichten. Wir haben ein Schrein von Ashara. Und wir haben eine Brutstätte. In den Brutstätten gibt es natürlich hier die... ...fetten Viecher. Packen wir mal hier drauf. Warte auf. Nagersirene ausbilden. Oh, Frostrüstung. Nett. Okay. Was gibt's noch? Okay, wir haben alles. Schade. Alles klar. Gut. Aber wir können hier... Das ist das Coole dran. Ich weiß nicht, kann Illidan auch? Oh, Illidan kann auch. Lord Illidan, wir haben einen Damm entdeckt, der einen der Nebenfüße dieses Stroms staut. Waldtrolle bewachen den Damm. Aber der Fluss dahinter könnte eine schnellere Route zu eurer Priesterin sein. Wir werden sehen. Waldtrolle. Tötet die Trolle und ihren Häuptling. Alles klar. Dann vorwärts. Können die hier irgendwas? Okay, die können einschnüren. Geht natürlich schön im Fernkampf. Ihr seht, Frostrüstung, Automatik, funktioniert super. Das Böse rückt näher. Wo soll ich zuschneiden? Rauf. Feuerbrand aktivieren. Wertige heilt. Ich glaub, der da hier. Zack. Mana Brand drauf. Mal den Wirbel da drauf. Hier können wir gar nichts machen, ne? Die müssen das halt irgendwie alleine schaffen. Okay. Drauf. Vorwärts. Wir verwandeln uns. Lassen es krachen. Ah, die haben... Die Schweine haben Silence drauf gemacht. Oh. Okay. Immer noch Silence. Aber ganz schön langer Silence. Ganz schön langer Silence. Da ist er. Immer noch Silence. Ich kann nichts machen mit denen. Wie viele Stunden Silence haben die bitte? Das ist echt fies. Einmal zurück. Drauf. So. Mana Brand. Wieder Silence. Schweine. Maske des Todes. Los, nimm sie. Nimm sie. Ah, die fressen die Felsen einfach auf. Ja, natürlich. Halt den Helden um 50% des Angriffsschadens, den er gegen gegnerische Einheiten zufügt. Das ist natürlich awesome. Und hier ist ein Heilbrunnen in der Nähe. Okay, wir brauchen mehr. Wir brauchen deutlich mehr. Einfach mal hier durchbauen. Da hat es noch einen Shop gehabt, sehe ich gerade. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Damm-Trolle besiegt. Optional ein Quest abgeschlossen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo die Felsen waren. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Im Video hat man es nicht wirklich gesehen. Malphurions-Armee. Ach, sieh mal an. Malphurions-Armee hat ein eigenes Gold, wie es aussieht. Warte mal. Ja. Ja, haltet durch. Oh, toll. Nicht aufgepasst. Zurück ganz kurz. Das macht sie platt. Oh. Runete Wiederherstellung. Nimm einfach mal kurz. Jawohl. Aktive Feuer. Mana Burn. Oh, meine Herausforderung. Naja. Was haben wir hier? Nur ein Brunnen der Gesundheit. Ich werde ungeduldig. Okay, mal kurz hier. Oh. Schwein. Noch mehr Bäume. Okay. Okay. Los, Brüll. Aktivieren. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aktivieren. Gott, ja, wie viel zu viele Einheiten sehe ich gerade. Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. So, dadurch, dass wir hier eigene Ressourcen haben. Das wusste ich natürlich nicht. Können wir hier... Ach, guck mal, kann ich hier mehren? Schade. Okay. Dann da noch eins. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Zurück. Ihr wagt es mich anzusprechen. Los, mehr davon. Und... Ja, Truppen. Truppen sind echt wenig hier zur Verfügung. Der Schläfer ist erwacht. Was natürlich hier cool ist, wir haben auch die Gerde der Haut und die haben halt Stachelpanzerschalen. Das ist echt geil. Ihre Zahl ist grenzenlos. Wir müssen durchhalten. Oh, maner Anhänger. Alles klar. Kann der gut gebrauchen. So, Truppen sind ready. Wo ich gerade gucke, ob der für immer bleibt. Aber wohl nicht. Hier können wir expandieren. Okay. Was ist denn das hier? M. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Was für Arbeit. Na, komm her. Gibt es mal den da hier? Ach, guck mal. Oh, geh mich auf den Keks. Oh Gott. Habt keine Angst. Komm, friss mal irgendwas. Oh, es werden immer mehr hier. Oh, das geht mir so auf die Eier hier. Geht mal kurz zurück. Zurück. Äh, bleibt immer mal da. Herrscher ausbilden. Alle leicht amphibische Anarchenbeinheiten. Okay. Schnappdrachen sind, glaube ich, die Fernkämpfer. Wir haben viel zu wenig Fernkämpfer hier. Da oben. Äh, heil den mal bitte. Wow, da oben ist gar keiner. Hopp drauf. Und dann du. So. Ey, diese Untoten. Da drauf. Erstmal auf den Sack da hier. So. Und da oben. Hat's grad keinen. Sehr gut. Oh, der hat schleichendes Gift. Sehr cool. So, und jetzt vorwärts. Den da gleich hier. Oh, der hat sich nicht zu enden. Der hat sich nicht zu enden. Die haben ja jetzt schon auf den Sack, die. Ey, wie viele Necromancer die hier haben. Wie macht man das da platt? Ich werde ungeduldig. Mana Burn. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Müssen erstmal die Einheiten hier platt kriegen. Die neue Einheiten beschwören. Okay. Der hat den da noch. Das Böse rückt nicht. Erstmal wieder zurück. Oh. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, Destroyer haben die da. Das ist fies. Schnapp Drachen. Los, 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 los. Yay, der schafft's. Irgendwann sind die Türme nicht schlecht. Ja, der Destroyer kann nicht viel. So, parallel. Äh, hier ein bisschen davon. Davon ein bisschen. Den mal ausbauen. Hier kann man nichts mehr ausbauen. Die haben auch kein Verstärkungsding. Ah, die haben schon 3-3. Sehr cool. Okay, dann bleibst du mal hier als Verteidigung. Brauchst hier noch einen Flutwächter. Ich hoffe, die Tyrande schafft das immer hier, ne? Ein bisschen Sorgen mache ich mir da schon. Okay. Da, auf die drauf. Sofort. Vernichten. Sofort. Da friss einfach. Einfach fressen. So. Ignoriert die Einheiten. Die Rache ist mein. Man macht hier irgendjemand Belagungsschaden? Irgendjemand macht extrem gut Schaden. Gegen Gebäude. Los, komm. Hier, Chaos. Oh, ja. Chaos gegen Building. Awesome. Sind Dämonen in der Nähe? Die Rache ist mein. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. So, du. Naja, braw, braw, braw. Tempel der Gezeiten. Da einen hinbauen. Expandieren. Hopp, hopp. Sterbt, Dummkopf. So, sehr gut. Wir brauchen mehr. Gott, wir haben, glaube ich, keinen einzigen Nachkämpfer mehr da unten. Äh, nein. Da drauf. Davon noch zwei. Und wir brauchen in der Tat mal einen Korallenbank. Direkt. Cool, das ist auch neu. Oder? Ist das neu? Boah, ich weiß nicht, ob es gab es damals im Originalen. Hm. Ich erinnere mich jetzt gerade, also an die Gebäude erinnere ich mich teilweise schon noch. So, hier ist die Verteidigung eigentlich, oh, guck mal. Komm, spricht mal davon. Äh. Los, Upgrade. Hey, ihr Schweine. Meine Kraft gehört euch. Man fragt sich hier, wer hier eigentlich überhaupt Schaden macht von der Nachtelfen. Ah, ich bin so froh, wenn wir die Nachtelfen-Kampagnen zu uns haben. Ich hasse sie einfach. Jawohl, sehr schön. Dann komm du mal aus den Tiefen. Oh, die geben auch, glaube ich, 15 Supply. Auch nicht schlecht. So, formiert euch. Ist das alles? Forschung abgeschlossen. Da waren ein paar rote und rote gerade. Ihr wagt es mich anzusprechen. Oha. Warte mal, ganz kurz. Die rote Basis muss schon weg, oder? Zerstören mit der lindensstreifigen, die rote Unterstützungsbasis. Ja, okay. Pips. Ich wollte nur mal testen. Nicht, dass wir hier auswesehen... Los, macht sie platt. Oh Gott, das ist... Das ist echt fies. Wir haben halt keine vernünftigen Angriffseinheiten irgendwie. Ich bin gegen Luft. Wir haben gegen Luft kaum... Kaum eine Sonne hier. Wir brauchen mehr von denen hier. Armeen werden immer kleiner. Ich kann hier auch niemanden auffressen. Bärchen Power. Ach, schon wieder. Wo soll ich zustande? Wir brauchen hier nochmal eine Brutstätte. Das ist halt kein Wert. Ey, der heilt sich hoch mit der Vampir-Aura, weil wir keinen Schaden machen. Wir machen Null Schaden. Ja, gut, wenn sie alles in den Truppen schicken. Baut mal hier so ein Türmchen. Zur Sicherheit. So. Da oben. Machen wir mal weiter hier. Ja, äh. Nee, das sind die Nachtelfen. Die haben das nicht. So. Dann hier, äh, hier wieder... Wieder schön zurück. Ja, hack mal da. So. Ach, du Schande. Los, reparier mal. Ah. Das finde ich als Wasser. Eher gute Gehbuch. Wo soll denn da auch abtauchen, ne? Arbeit ist vollbracht. Göttin, wenn dies das Ende sein soll, lasst uns mit eurem Namen auf den Lippen sterben. Perfekt. Perfekt. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ah, der Arbeit hat es nicht überlebt. So, ich mach jetzt das ganz Verzweifeltes gleich. Ach. So, kleine Armee wieder da, aber... Naja, eher so... Ihr wagt es mich anzusprechen. So, lala Armee, sag ich mal. Da gibt's noch einen... Noch mal einen Schnappdrachen. Ist okay. Du. Noch mal ein Türmchen. Du bleibst da. Da wird auch noch mal ein Flutwächter gebastelt. Ist das alles? Das Böse rückt mir. Was, wir können nicht heilen. Wir haben keine vernünftigen Passivfähigkeiten. Mein Lied gehört euch. Mein, das hier machen sie irgendwie nur so sporadisch, hab ich das Gefühl. Schon erledigt. Mein Lied halt aus den Tiefen empor. Schon unterwegs. Das hier mach ich jetzt mal von Hand einfach. Arbeit ist vollbracht. Ich warte, bin auf meine Hilfe. So. Weck ihn auf. Weck ihn doch auf, Mann. Danke. Vorwärts. Vorwärts. Auf, rein mit euch. Rein mit euch. Ich hänge am Harten. Los, vorwärts. Bespuck diesen Arsch. Oh, ja und wie. Mach diese scheiß Necromancer platt. Das ist jetzt, das ist jetzt pure Verzweiflung. Hihihi. Hopp, hopp. Mehr Units. Wo ist denn hier? Wo sind denn meine Droiden? Meine Bären? Da vorne. Oh Mist, halt dich selber. Oh Gott. Oh Gott, ein Frostwürm. Die Rache ist mein. Ihr wagt es mich anzusprechen. Ich bin blind, mich tauschen. Ich warte mit angehaltenem Atem. Der Kampf hat begonnen. Die Gezeiten, wenn der Star ist. Komm schon, Mann. Hihihi. Oh nein, ihr seid so blöd. Jetzt sind die echt durch die scheiß Basis. Jetzt muss ich den Punkt hier hinsetzen. Toll. Toll. Mein Illidan kriegt... Oh, da kommt Verstärkung von oben. Ich mach mir eher hier oben Sorgen. Okay, es funktioniert noch. Aktiviere Heilung. Warte doch nicht die Arbeiter. Der Kampf hat begonnen. Äh. Nein. Ähm. S. Was? B. G. S. G. S. Meine Fresse. Vorwärts. What the fuck? Wo kommen denn die ganzen... Ah, die sind jetzt von oben gekommen. Ich werde ungeduldig. Hey, wir sollen mal das schaffen, Mann. Wenn die da... Scheiß KI, ey. Oh, wir gehen durch die gegnerische Basis durch. Das ist eine super Idee. Ja, ich muss jetzt weg. Ich weiß nicht, ob ich die wiederbelegen kann. Wir gehen durch. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Mein Lied, halt aus den Tiefen empor. Zurück. Scheiß grüne Basis, ey. Hackt mal Holz. Irgendwie kriegen wir kaum noch Holz zusammen. Boah, jetzt kommt der da oben auch wieder. Repair, repair, repair. Hier oben sieht's noch gut aus. Ich mein, nein. Ach, ihr Lidarn. Renn halt in den Tod. Hier. Bitte da drauf. Geh, Mann, nicht auf die Eier hier. Jetzt geht's weiter. Boah, Alter. Ich krieg eins viel. Ich krieg grad ein bisschen eins viel Tee. Bitte da. Ja? Was macht der da jetzt alles einsammeln hier, ne? Da drauf. Ich mein, ich pump aus, keine Ahnung wie viel hunderten Gebäuden. Du nix. Und schaff's nicht. Hier Platz zu kriegen. Weil die Einheiten scheiße sind. Die sind so kacke einfach. Wir müssen durchhalten. Oh, man hat wieder einen Turm verloren. Wir brauchen mehr Holz. Dann wohl Holz. Ich will mal nicht angreifen. Ich will mich einfach nur sammeln. Die Gezeitenwende ist da. Der hier ist fast am Arsch. Ich bin blind, nicht taub. Haut keine Angst. Arbeit ist vollbracht. Was bedroht diese Länder? So, jetzt reicht's mir hier. Erstmal, erst mal diese scheiß Gebäude irgendwie platt kriegen. Ich weiß, ich werde da bescheuert, äh, bescheuert. Beschossen von dem Ding da, ist mir egal. Du, da drauf. Du heilst dich nämlich. Oh, ne Schnappschildkröte. Hey. So. Dann da drauf. Ah, noch welche. Yay. Drauf. Nein. Keine Kosten. Gut. Sind gerade irgendwelche Einheiten wieder gestorben. So. Es sieht gut aus. Es sieht so gut aus, dass ich mich nicht mehr aufregen muss. Weil wir jetzt hier gerade alles platt kriegen. Ja. Jetzt kommt erst mal die grüne Basis wieder. Weißt du, man soll die rote Basis platt machen und dann kommt die grüne von oben. Mit. Mit, keine Ahnung, 100 Einheiten, ey. Guckt mal, wie viele Abonations das sind. Schön. in Deckung bleiben. Die sollen ruhig mal meine Tower zu spüren bekommen. Nein? Bärchenform. Kann nicht. Also aus der Bärchenform raus. Einmal brüllen. Einmal spotten. Heil dich. Bärchenform. Greif dir auch an, oder? Oh ja, das war jetzt gerade so genius. Heilen und dann abbrechen. Boah. Können wir das mal forschen? Irgendwas noch forschen. Da forscht das. Da, hab da so viel Kohle einfach. Ihr wagt es mich anzusprechen. Ja, ich tue es. Ich werde ungeduldig. Okay. Das Böse rückt näher. Nächste Angriffsfälle starten, bevor die ich wieder weitere Frostfirms noch projizieren. Produzieren. Nicht projizieren. Aber provozieren tun sie auch. Und zwar mich. Da kommt der Grüne wieder. Ich ignoriere ihn. Noch ignoriere ich ihn kurz. Hier, der, der muss down. Der, der muss down. Erst, erst der Männerarsch muss down. Oh. Geht nicht. Ach so, weil es im Unsinn liegen. Komm, friss doch den einfach. Einfach fressen. Hast ihn weniger. Und den auch fressen. So. Einfach einhalten weniger. Was die man doch alle keinen Schaden hat, das Gefühl. Ich bin blind, mich taub. Ist es nicht. Aber der wird angekauft. Hey, was ist immer. Komm, hab einen schönen Holzhammer drauf. Ja. So. Was ist hier los? Okay. Ilidan. Was ist das für eine List? Bist du gekommen, um mich persönlich zu töten? Nein, Tyrande. Du musst mir glauben. Ich komme, um dich zu retten. Mich zu retten? Wo könnten sie sein? Inzwischen hätte er sie zurückbringen müssen. Schnell! Das ist unsere letzte Chance. Ich werde dich für immer verloren, meine Liebste. Ohne Illidans Hilfe hätte es so kommen können. Zwischen uns gab es viel Zwist, Bruder. Ich empfand äonenlang nur Hass für dich. Doch ich für meinen Teil möchte, dass sich das ändert. Von diesem Tage an soll Frieden zwischen uns herrschen. Ja, wunderbar. Nach dieser Hass-Mission. Ich hoffe, ich werde jetzt verschont von diesen grässlichen Einheiten. Und ich würde sagen, wie es weitergeht. Das sehen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Untertitelung des ZDF emergencies. Zuhausein. Untertitelung des ZDF, 2020